Hallo liebe Pilzfreunde, schaut mal wie viele verschiedene kleine Pilze es dieses Jahr im Dezember noch zu sehen gab. Ein wirklich sehr hübscher Fund im Kiefernwald ist der Fleckblatt Flemmling. Diese Pilze sind sehr sehr variabel in ihrer Größe und auch im Aussehen, sind allerdings nicht essbar und deswegen bleibt dieser kleine Pilz auch im Wald. Ja, sogar ein alter Steinpilz hat sich Mitte Dezember noch mal finden lassen, sowie hier und da auch einige von den leckeren Maronen, die allerdings für meine Begriffe auch schon etwas zu alt waren. Die Freude war allerdings groß, als plötzlich einige Perlpilze im Eichenwald zu finden waren. Ein sehr unerwarteter Fund. Im Oberolmer Wald ließ sich dann Mitte Dezember sogar noch ein Tintenfischpilz finden. Allerdings aufgrund der niedrigen Temperaturen konnte sich der Pilz nicht zu seiner wahren Schönheit entfalten. Wie immer bin ich mit dem Fahrrad unterwegs und dieses Mal treibt es mich an den lautesten Ort in Hessen. Meine Begriffe sind nicht nur ein Fähigkeiten, aber ich bin ein Fähigkeiten entfalten. Ich gebe dir das, dass die Träger aus eines Fähigkeiten wurde. Untertitelung des ZDF, 2020 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 gabeltrichterling das ist ein essbarer pilz der allerdings von relativ bescheidenem speisewert ist und ich mache jetzt nicht ab die merkmale sind gut erkennbar ich sehe hier kommen in der nähe auch noch ganz frische und da gehen wir jetzt einfach mal hin da steht zum beispiel ein ganz frischer kaffeebrauner gabeltrichterling hier ist der nächste die wachsen gerne auf moos und im nadelwald wenn sie das sehr biegsam sehr lastig wächst auch an baumstumpen von laubbäumen der gelbe schichtpilz zitterling und auch der goldgelbe zitterling diese beiden pilze sorgen für eine kleine farbvariante im grauen dezember wald schichtpilz obwohl samtfußrüblinge ausgezeichnete speisepilze sind enthalten sie einen leichtgiftigen wirkstoff der durch erhitzen über 60 grad zerstört wird und somit wird der pilz für den mensch genießbar wir haben hier echt wunderschöne samtfußrüblinge an diesem stamm an diesem alten stumpf einer gefällten weide die irgendwie wieder ausgeschlagen hat lauter schöne noch ganz frische samtfußrüblinge an einer umgestürzten pappel samtfußrüblinge lassen sich auch an anderen bäumen finden wie zum beispiel am holunder allerdings hat sich gezeigt dass die exemplare die ich am holunder gefunden habe immer etwas kleiner waren als die an der weide die sehen wirklich richtig wunderbar aus einige exemplare sind schon richtig hinüber aber es gibt immer wieder welche die noch neu dazu kommen ein ganz gutes erkennungsmerkmal bei regenwetter ist die hut oberseite die ist so richtig schleimig da kann man so richtige fäden ziehen seht ihr das ja ne und den einen nehme ich noch mit und unten drunter ihr seht es schon kommen noch weitere kleine hier wunderschöne kleine samtfußrüblinge da unten auch die können noch wachsen die jungen vor dem kauf und die 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 so die 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 Hier habe ich noch ein Exemplar vom gelben Knollenblätterpilz gefunden. Man sieht sehr schön die Knolle. Auch er nutzt noch mal die warmen Witterungen im Dezember aus. Ich möchte euch mal die Knolle zeigen, wie die ausschaut. So, guckt euch das mal an. Wahrscheinlich Batzen. Hier erkennt man die Knolle sehr gut. Praktisch das ganze Jahr über lassen sich Schwefelköpfe finden. Hier haben wir es mit dem grünblättrigen Schwefelkopf zu tun. Ein Giftpilz. Ein weiterer Schwefelkopf, der sich bis in den Dezember hinein finden lässt. Das ist der Ziegelrote Schwefelkopf, der leider auch leicht giftig ist und sehr bitter schmeckt. Ein wunderschöner Pilz. Schön und zugleich selten ist der Hain Schneckling. Da haben wir noch mal zwei. Die stehen hier wirklich überall. Dieser zierliche kleine weiße Pilz duftet nach Marzipan. Es handelt sich um den Duft-Trichterling. Leider ist er giftig. Auf den ersten Blick würde ich sagen, ich habe einen Austernseitling gefunden. Hier. Und da. Ist auch schön groß. Und hier sind noch mehr. Aber ist es auch einer? Das sieht so aus, ne? Hier sieht man die Lamellen gehen in den Stiel hinein. Ich hole noch mal einen anderen. Hier an dieser umgefallenen Eiche finden sich doch tatsächlich noch Seitlinge. So wie es ausschaut ist das aber der gelbstielige Muschelseitling. Nebendran steht hier ein Exemplar. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Von oben. Da sieht man schon, das ist eher so ein Olivbraun. Ne? Jetzt gucken wir mal nach unten. Also man sieht ganz deutlich, dass dieser Pilz einen gelben Stiel hat. Und dass die Lamellen nicht in den Stiel hineinragen. Da sieht man es ganz deutlich. Das ist also der Doppelgänger vom Austernseitling. Den darfst du auf keinen Fall sammeln, weil er ist giftig. Der Doppelgänger 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020